Das war nicht so schlau. So. So. Du lässt dich mit nem fucking drüben. Ja, mach das. Anakin! Finde ich absolut geil. Wir kämpfen mit drei PO's Beinen gegen Anakin Skywalker. Nein. Ich bin allein geschafft. Ja. Ja. Anakin, warte! Gib mir einen Moment, ich muss mal kurz Luft holen. Nein. Ja. Okay. wand genobi und ich komme außen rum der high ground ist wie klettern da muss sich eine kind zerschmettern lustig lustig tra la 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 morgen in die lava eine hallo ja das ist das nein wir waren zu schnell nicht so gut c3 pos beine ohne witz dinge haben mehr mut als alles andere nicht so gut machen wir uns gut ich komme Das kann man noch kaputt machen. Das kann man noch kaputt machen. Das kann man noch kaputt machen. Sobald alle Jedi verschwunden sind, werde ich den Imperator flutzen und die Herrschaft über mein neues Imperium übernehmen. Anakin! Meister Kenobi, wir müssen ihn aufhalten und zu Miss Padme zurückkehren. Natürlich. Gehen wir und finden die manuelle Überbrückung. Die Tür! Drei PO! Dieses Terminal! Schnell! Verzeihung! Die Tür! Wir sind sofort da! War E.D. Anakon! Anakon! Ich glaube nicht, dass diese Einrichtung eine Sicherheitsprüfung beschnitten würde. Die Jedi haben es verraten. Sie haben die Republik verraten. Sie haben es verliebt. Du hast diesen dunklen Lord gestattet, dich zu manipulieren. Anakin, bitte! Du musst das nicht tun! Ich muss die Farina verprügeln. Ich muss die Farina verprügeln. Ich werde nach all dem eine sehr lange Ruhephase brauchen. Verstehe ich 3.0. Würde ich auch brauchen. Anakin! Was tust du, Anakin? Was tust du, Anakin? Oh, Anakins Augen sind gerade geil geworden. Was tust du? Enknechen er hat den Schlafen! Anakins! Anakins! Anakins. Anakins! 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 Ich habe an dir versagt. Ja, den Satz kennt man gut. Portable High Ground! Also es ist gut, dass da nicht praktisch diese alte Mission mit drin ist. Da hoch zu klettern. Boah, Anakin. Okay, klettern. Oh ja, klettern. Klettern, Obi-Wan. Klettern. Klettern. Kanzlerfeld mit ihm ist das Böse. Nach meiner Meinung sind die Jedi das Böse. Na, dann bist du verloren. Oh boy. Das kann niemand. Niemand. Oh man. So, jetzt gibt es noch einen Drachprügel von R2, Alter. 3PRO, die ist für dich. Es muss nicht auf diese Weise enden, Anakin. R2. R2, D2, kommt zur Rettung. R2, D2, kommt zur Rettung. R2, D2, kommt zur Rettung. R2, D3, ist ja zu böse, Alter. Das geht schneller! Niemals einer können. Ich hab den High Ground. Es ist vorbei, Anakin. Ich stehe deutlich über dir. Du warst der Auserwählte. Ich hasse euch! Dort ist er. Und er ist noch am lieben. Wir müssen die Babys retten. Babys? Sie bekommt Zwillinge. Getrennt sie sollten werden. Meine Frau und ich werden das Mädchen nehmen. Und was wird aus dem Jungen? Nach Tatooine. Zu seiner Familie du ihn schickst. Wo ist Padme? Ich fürchte, sie ist nicht mehr bei uns. Du kanntest die Stärke deines eigenen Zauns nicht. Das ist am Ende der Episode 3. Die Rade ist jetzt abgeschlossen. Jawohl. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder zu Episode 4. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis zum nächsten Mal.